Servus Leilung, ich bin's der Luigi. Wir befinden uns gerade am Wechsel, genauer gesagt am Speicherteich hier oben. Und wir nehmen euch jetzt einmal mit auf eine Afterschool-Ride. Let's go! Teddy am Nachmittag zu haben, die wir beschreiben uns heute wieder. Wir sehen uns heute wieder. Ja, Luigi! Yo! 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 Ah! 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 Das war knapp Halt die Garsche